die großen oberbosse hier die drei bosse bosse und jetzt kommt aber doch ein risikofaktor war das nach dem oder nach dem nächsten wo sich da in der bläse aufgehangen hat das will ich nicht und wenn war es eh wo das level vorbei war also ja nicht mitten im der sieht aus wie mega mann oder so mega mann okay den möchte ich nicht seitdem der gab noch mal mal gucken da hat einen neuen stab aber irgendwie alle diesen jetzt brauche ich natürlich noch mal eine andere waffe hat eine neue doppelpiegel das ist jetzt neu doppelpiegel genau macht das ist ja auf level wo wir ja einmal rund laufen müssen wo wir einmal komplett um das viereck rumlaufen mussten schlacht von anion schlacht von anion eine neue figur dann dauert doch ein klein wenig länger bei unserem lieben blue siehste das ist nämlich nur wenn du voreingestellte figuren hast dass du immer so fix bist du sack ja ich bin halt wehloch ich bin halt da das ist nicht wehloch du kannst dich nur nicht erscheinen blu ming oder blu hunter ach ach ja verflucht sei sau sau wieso ist sein verteidigung immer noch so stark wo wir ihm doch so eine herbe niederlage zugefügt haben ja ich hatte gehofft dass wir diese gelegenheit nutzen um die provinz ying einzunehmen aber offenbar ist doch nicht so einfach außerdem sollten wir uns nicht nur auf sau sau konzentrieren weißt du was ich meine jemanden anderes als sau sau du meinst lubai er will die provinz ying ebenfalls oh jetzt setzt du deinen kopf ein du hast wirklich einen langen weg hinter dir aber meister zu you ich denke wie wenn wir lubai am leben lassen wäre das nur zu unserem vorteil ich weiß dass du eine hohe meinung von lubai hast in ordnung wollen doch mal sehen wie sich das hier entwickelt gan ning kämpft allein bei der burg ying ying unsere erste aufgabe muss sein ihm nachschub zukommen zu lassen ja wir durchbrechen die feindlichen linien um gan ning zu entlasten überlassen wir die verteidigung unserer hauptstreit macht link befolge lusos und meine befehle vor allem anderen und jetzt zeigen wir ihnen wie die wu die dinge handhaben jaja dille dilledeleee der macht halt wieder es ist halt wieder gemein der blue Wieso? Wieso bin ich hier? Weil du gemein bist. Ah, ok. Ich stimm gleich wieder vor irgendein Tor landen. Da hinten? Ne, das war doch das, wo die Tore hier zu waren, ne? Ich geh nicht nur da. Ok, also geh ich mal da lang. Kling! Wo ich ja den Boss ja besiegt hab. Und du, hä hä, was hab ich denn hier? Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. Hä? Hm. Ja, ja. Da, la, la. Da, klar. der hat jetzt richtig die auf die fresse bekommen alle Leute Leute und ihr boys ja Stab an Stab ja 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 I know you can do it! Come on! Lewis! Yeah! Ge-ge-ge-ge-ge-ge! So! Looks like I made too much of a show of myself. So give me a moment, I ruined your plan. Yeah! Zack, 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 zack! Ja, hell, wieder ein Ruder! Ja, yeah! Zwei Ruder! Woah! Was that that, Lin? Ja! Ja! Zack, zack, zack! Da! Steho! Ja! Ja! Da liegt der wohl noch! Yay! Besiegt! Ich hab' ich ein paar mehr Gegner hier gehabt! Ah, guck mal, die sind jetzt oben da rausgekommen aus ihrem Eck da, wo das letzte Mal noch alles rot war! Ja! Cool! Warum das? Was? Ja, wie gesagt, wir hatten die Aufzeichnung schon mal gemacht, weil... Wegen Vertonung, äh, nochmal jetzt halt, ne? Und, äh, ja, da waren vorher die ganzen Typen, die da oben drin standen... Da oben drin, halt! Und kamen nicht raus! Oh, jetzt? Haben's irgendwie geschafft, dass die da rauskommen! Rankommen! Alter! Au! Halt mal ruhig, mein Freund! Oh! Oh! So! Was ist da wieder, ja? Ich glaub, da kommen wir da gar nicht rein, oder? Wo kommt man da rein? Währ ich gar nicht. Oh! Doch, so kann man da rein. So? So, dann so, dann so, dann so. Was ist das? Doch hier war das. Ankommen, ihr Sicker. Ihr versteckt euch ja nicht. Doch. So. Ich such dich grad wieder. Ach so. Boah, ich bin ein Schlauchpfüllchen. Oh, ich seh schon. Ich würde knapp nehmen, lass den Bass in Ruhe. Ach, die stehens da rum. Alter, der Spinner. So. 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 Du stehst vor dem Tor, oder was? So. 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 Okay, ich glaube der Bluder macht gerade wieder irgendwelchen Mist da drüber. Was soll ich wie ein Mist machen? Au, 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 au! Au, 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 mann! Noch mehr! Die X gekillt! Noch einer! Ach komm! Keiner mehr! Wir wollen nicht mehr mit dir! Welchen Tor bist du denn du wieder hinter der Wächter? Ach du nimmst doch die ganze Blitternehmens hinter dir her! Ah, jetzt muss man wieder außen rumlatschen ne? Jupp! Hier geht's doch hoch! Nee, da müssen wir nicht! Da müssen wir doch! Ach, hier ist doch wieder euer Schaes Tor zu! Muaah! 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 Das ist doch nicht lang! Das ist doch nicht lang! Das ist doch nicht einfach, die Dregge aus! Auf die Karlstraat. ich habe das alles 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 Ich habe investiert. Commander, Ihre Strategien waren magnifizient. No safe. Es ist fertig, mein Herr. Ja. Jetzt alle Jing Provinces. Mein Herr, Xiangyang wurde von Guan Yu von Liu Bei. Mein Stab, mein... Mein Stab, mein... Mein Stab, mein Mann. Who knew that having someone to entrust things to... Would feel quite so good. Uh... Lead Wu... To victory. Mein Lord! Nein! Mein Stab, mein... Mein Stab, mein ist tot. So, meine lieben Freunde, ich habe jetzt aber trotzdem eine etwas, ja, schlechtere Mitteilung zu machen. Wir werden jetzt noch diese ganze Geschichte uns hier unten noch durchlesen. Zumindest ihr euch. Ich mir ja nicht, weil ich muss ja reden. Äh... Aber wenn die Geschichte vorbei ist, muss ich heute erstmal leider zum Abschluss kommen. Auch dir, Blue, die Nachricht sei dir überbracht. Ich muss heute erstmal Schluss machen. Boah, macht nichts. Es gibt hier noch Tage, wo wir noch spielen können. Und jetzt sind wir auch ungefähr dort, wo wir das letzte Mal waren. Wichtig. Weil da müsstest du dann auf einmal ein schwarzes Bild der Bläse haben. Äh, jetzt nicht mehr. Black Screen. Aber ich würde mich bei immer wenn... Irgendwo noch ein oder zwei Levels sind, wo wir machen müssen. Ne, 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 ne. Das glaube ich nicht. Das... 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 noch, denke ich. Ach, und sind aber auch scheiß Krieger gerade, muss ich sagen. Na gut. Okay, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für heute und sehen uns dann an der Stelle hier morgen wieder. Und bis dahin erstmal Schuss. Tschüss.